Torben Joneleit ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der vor allem auf der Position des Innenverteidigers eingesetzt wurde. Karriere Joneleit begann seine Karriere beim Asmanako. Für die Saison 2007-08 wurde er an Hibernian Edinburgh ausgeliehen und kehrte im Januar 2008 zum Asmanako zurück. Im Januar 2009 wurde er bis Saisonende an den belgischen Erstdivisionär RSC Charleroi ausgeliehen. Charleroi besaß darüber hinaus eine Kaufoption. Diese wurde aber nicht genutzt, so dass er zum KRC Genk wechselte. Mit Genk gewann er 2011 die belgische Meisterschaft. Nach einem Kreuzbandriss im Sommer 2011 verpasste er in der Champions-League-Saison 2011-2012 die Duelle gegen Bayern 04 Leverkusen. Nach andauernden gesundheitlichen Problemen verkündete Joneleit im März 2014 sein Karriereende. Sein Debüt in der deutschen U20-Nationalmannschaft gab er am 14. November 2006 gegen Österreich.